Südtirol, seit drei Generationen die Heimat der Familienmetzgerei Gottfried Siebenfölcher. Nach überlieferten Rezepturen stellen wir hier hochwertige Fleisch- und Wurstspezialitäten her. Feiner Südtiroler Genuss, sorgsam veredelt und sanft gereift. Beste Qualität garantieren wir durch strenge Kontrollen, ausgewählte Zutaten und schonende Herstellung. Traditionelles Handwerk verbinden wir mit modernster Technik. Innovative Anlagen und das Know-how unserer Mitarbeiter gewährleisten die einwandfreie Verarbeitung auf höchstem Niveau. Jedes Produkt lässt sich vollständig rückverfolgen. Die frischen Produkte werden in unserem modernen Hochregallager optimal aufbewahrt, auftragsspezifisch kommissioniert und ausgeliefert. In unseren Metzgereien und Feinkostgeschäften verwöhnen wir sie mit feinen Delikatessen. Unter anderem mit unserem mehrfach ausgezeichneten Südtiroler Speck. Ehrlich, authentisch, echt. Weil es natürlich einfach besser schmeckt. Gottfried Siebenförcher. Aus Tradition gut. Seit 1930.